Hast du dich auch schon mal gefragt, warum das Leben auf der einen Seite manchmal so einfach ist und dennoch so kompliziert? Dann bist du hier genau richtig, denn heute gibt es einen Vorgeschmack auf Tag 9 des großen internationalen Familien der Zukunft Online Summit. Und genau über dieses Thema haben wir mit Stefan Hine gesprochen. Mit Christian Regen haben wir darüber gesprochen, wie du trotz schlechter Voraussetzungen, also wenn du das Gefühl hast, ich habe überhaupt keine Basis, um wirklich mit meiner Familie in ein freies Leben zu starten, dann schau dir unbedingt das Interview mit Christian Regen an, weil da geht es darum, wieso trotz schlechter Voraussetzungen jetzt eine neue, kraftvolle Entscheidung triffst oder kraftvolle Entscheidungen grundsätzlich triffst, um wirklich deinen eigenen Weg zu gehen und letztendlich dann auch deine Familie, deine Liebsten mit im Boot hast. Dann haben wir gesprochen mit Sanyana Alaina über das Thema, wie kann ich mehr Liebe leben und in meine Beziehungen auch fließen lassen? Last but not least, am Tag 9 geht es bei Gregor Stark unter anderem um dieses Thema, woran scheitern denn viele auf dem Weg in die Selbstverantwortung? Also du wirst da wertvolle Impulse bekommen, wie du wirklich die Verantwortung für dich, für deine Familie, für dein Leben selbst in die Hand nimmst, um eben nicht zu scheitern, um viele Fehler, die einige machen, nicht zu machen und wirklich da erfolgreich zu sein. Link in der Nähe von dem Video, sichere dir dein Freiticket und lausche jetzt mal, was unsere wunderbaren Sprecher aus ihrer Sicht noch zu dem heutigen Tag dir beizutragen haben. Also schön, dass du da bist. Ich habe gerade ein hervorragendes Interview gehabt mit der Herr Gert und zwar haben wir gesprochen, wie wir Menschen es schaffen, in der Situation, wo wir gerade sind, uns ein Leben zu kreieren, das uns definitiv mehr in Richtung Freiheit bringt, mehr erfüllt und wie wir es schaffen können, auch uns zu lösen von all dem, was uns festhält. Und ich glaube, das ist so eins der Rezepte, die wir für viele Dinge im Leben brauchen. Von daher hol dir auf alle Fälle die Infos, sei dabei, schau dir gerne in eine Interviewansitzung. Ich habe heute mal wieder einen grenzgenialen Experten für euch hier am Start. Ein herzliches Willkommen an Stefan Hine. Danke, dass ich da sei. Der Kern, was man erkennen muss, ist der Grund, warum man reagiert. Immer, bei allem, egal was. Und der Grund, warum wir reagieren, ist nicht die Welt da draußen, sondern der Grund, warum wir reagieren, ist die Welt in uns. Was sagst du jemandem, der sagt, ich habe Probleme mit Tülen, ich fühle mich? Ja, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, ob ich, was machen wir mit Kindern, wenn wir nicht klarkommen mit ihnen. Ich habe ein Tool gebraucht, nicht zehn verschiedene, kein Werkzeugkasten, kein, was weiß ich, sonst noch, Zusatzhilfe, Notfallkoffer, sonst irgendwas. Ein einziges Werkzeug, wenn du so bist. Für mich war es kein Werkzeug, das war einfach krasse Scheiße. Jemand sagt die Wahrheit, nicht schlecht, habe ich vorher noch nie gehört. Wie gibt es denn das? Das ist das Einzige, woran du dich erinnern musst. Und die Lösung ist nicht, also auf einem neuen Level weiterzumachen, sondern die Lösung ist, alle Ideen, auch die Idee von Verbesserung, aufzugeben. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Stefan, für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Sicherheit, auch Verletzlichkeit, die du uns beschrieben hast, im Zuge dessen, deiner Entwicklung, die, wie du sagst, wo du noch immer mit dem Tränen steckst, lieber Anna. Super, gerne. So, meine Lieben, Gregor Stark, mein Name. Ich möchte dich ganz herzlich hier einladen zum Familie der Zukunft Summit. Ich war gerade in einem wundervollen Interview zusammen, quasi drin im Gespräch. Wir haben gesprochen über unglaublich spannende Themen, wie du als Familie es hinbekommen kannst, Online-Zeit und ortsunabhängig zu arbeiten, was es da draußen für Konzepte gibt. Wir haben ein bisschen über meinen Weg gesprochen, wie ich dazu gekommen bin, dass ich zum einen ortsunabhängig arbeiten kann, dass ich meine Finanzen im Griff habe, wie ich es schaffe, letztendlich meine Familie an der ersten Stelle zu stellen. Und vieles, vieles mehr. Es war ein sehr intensives, spannendes Gespräch, wo ich vieles, vieles, viele, viele intensive Wachen und Erlebnisse aus meinem Leben geteilt habe. Und ich möchte dich ganz, ganz herzlich einladen, dabei zu sein. Es gibt noch viele andere Referenten und Referentinnen, die auch ihre Erfahrungen teilen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du für dich und deine Familie etwas rausnehmen kannst, so, dass du vielleicht in Zukunft aus dem Leben, in dem du dich gerade befindest, wenn es vielleicht noch nicht so frei ist, dass du neue Perspektiven bekommst, ohne schaust, da auszubrechen. Und das Leben zu führen, das du schon immer führen wolltest, für dich und für deine Familie. In diesem Sinne, sei dabei, alles Liebe, alles Gute, dein Hilder Stahl. Hallo, mein Name ist Sanjana Leiner und ich durfte ein Interview geben hier im Familie der Zukunft Summit. Und das ist wirklich ein so schönes Interview geworden. Und wir sind sehr in die Tiefe gegangen, über was bedeutet Familie der Zukunft oder im Sinne von, ja, was fühlen wir dazu, was wünschen wir uns in Familie und wie können wir das vielleicht auch wirklich in unsere Familie oder in unser Leben fließen lassen und bringen lassen. Und wir sind auch sehr tief auf Beziehungsdynamiken eingegangen, weil genau das ja oft ein sehr, sehr großer Punkt ist, in Familie. Und wie können wir vielleicht auch Trigger lösen, wie gehen wir mit Trigger um, was bedeutet das in der Tiefe. Ja, und wie können wir so in uns, erstmal vielleicht in uns und mit uns, tiefen Frieden finden und Anerkennung und das dann auch in die Familie tragen und in unsere Beziehungen. Und ja, so Frieden und wieder frei Liebe fließen lassen in unserer Familie. Genau, ich freue mich sehr, wenn ihr es euch anschaut. Und ja, liebe Grüße. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020